Offenbar Geheimnis Sie haben dich, heiliger Hafis, die mystische Zunge genannt und haben, die Wortgelehrten, den Wert des Wortes nicht erkannt. Mystisch heißest du ihnen, weil sie närrisches bei dir denken und ihren unlautern Wein in deinem Namen verschenken. Du aber bist mystisch rein, weil sie dich nicht verstehen, der du ohne fromm zu sein selig bist. Das wollen sie dir nicht zugestehen. Goethes Gedichtband Westöstlicher Divan ist eine Art Hommage an Hafis, den großen persischen Dichter des 14. Jahrhunderts, den Goethe gewissermaßen durch Nachahmung ehrt. Offenbar Geheimnis Ein verwirrender Titel. Ist etwas offenbar ein Geheimnis? Ist ein Geheimnis offenbar geworden? Es ist wohl ein Wortspiel, das darauf aufmerksam macht, daß man aus etwas Offenbarem erst ein Geheimnis macht. Sie haben dich, heiliger Hafis, die mystische Zunge genannt. Tatsächlich wird Hafis als Mystiker bezeichnet, also jemand, der sich mehr ekstatisch-meditativ in der Religion versenkt. Die Schriften eines Mystikers nähern sich demnach auch nicht logisch-vernünftig ihrem Gegenstand, sondern drücken meditative Erfahrungen in kaum oder gar nicht auflösbaren Bildern aus. Und haben die Wortgelehrten den Wert des Worts nicht erkannt. Goethe widerspricht also. Hafis erscheint ihm nicht als Mystiker, sondern als jemand, der sich klar ausdrückte. Mystisch heißest du bei ihnen, weil sie Närrisches bei dir denken und ihren unlautern Wein in deinem Namen verschenken. Zum Mystiker wird Hafis also erst durch seine Interpreten, die ihn in ihrem Sinne auslegen. Hafis hat nämlich viel die Freuden des Rausches im Wein und in der Liebe besungen. Das ist mit dem Alkoholverbot im Islam, das zur Zeit des Hafis in Herrscherkreisen wohl auch nicht so ernst genommen wurde, nicht in Einklang zu bringen. Goethe hegt also den Verdacht, dass man ihn deshalb irgendwie als mystisch verbiegt, indem Hafis also angeblich etwas ganz anderes damit ausdrücken wollte und nur in einem übertragenen Sinne zu verstehen sei. Das wäre, so Goethe, Närrisch, und diese verfälschenden Auslegungen werden dann in unlauterer Weise als Aussagen des Hafis dargestellt. Eine nette Spitze, wenn Goethe ausgerechnet Wein als Bild für diese Aussagen gebraucht, die man im Namen des Hafis verkündet, also verschenkt im Sinne von ausschenkt. Du aber bist mystisch rein, weil sie dich nicht verstehen. Rein hier wohl im Sinne von nur. Nur deswegen erscheinst du mystisch, weil sie dich nicht verstehen. Wollen muss man hier wohl ergänzen. Diese Art von Verrenkungen kennt man auch aus dem Umgang mit dem Hohen Lied der Liebe in der Bibel, wo man immer wieder gerne versucht hat zu leugnen, dass es um das geht, was da steht. Liebe und Sex. Auch die Sonette Shakespeare's haben seltsame Deutungen erfahren, damit man sich nicht dem stellen muß, was da thematisiert wird. Die Liebe von einem Mann zu einem Mann. Der du, ohne fromm zu sein, selig bist, das wollen sie dir nicht zugestehen. Hafis, so Goethe, findet in seiner ganz persönlichen Feier des Lebens seine Seligkeit. Dieses Recht, frei von religiöser Bevormundung zu seiner eigenen Seligkeit zu kommen, ist eines, das auch in Europa erst zur Zeit der Aufklärung erkämpft wurde. Bei mir, wenn man möchte sein? Ist das eine ganz persönliche Verkaufung? Ja. Das ist eine 44-arios turtle. Ich TC 23. 2 Daher müsst ihr einen Schitt-T VI. Es entsteht wie einbangtes Speignerl Inc referee den Euro Estoy ut. den Interessiert beceu die heute Der neu und er fisherman auf Entonces, esicky kann eigentlich dann um den J尽rieren zurück Видeln, über den F Jonathan Seclorien良. Vielen Dank.